Mein Name ist Carina Uhlen, ich bin Mitarbeiterin des Caritas-Verbandes für die Diözese Osnabrück. Ich bin Gründungsmitglied und ich bin Botschafterin des Stiftungsfonds Horizont. Ich darf den Stiftungsfonds Horizont schon seit vielen Jahren gemeinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, aber auch weiteren Fachleuten aus der Region begleiten. Wir haben zahlreiche Menschen in besonderen Lebenslagen durch unseren unbürokratischen Stiftungsfonds unterstützen können. Wir haben schon an vielen Beispielen erfahren können, dass es in besonderen Situationen gerade auf schnelle und unkomplizierte Hilfe ankommt. Und ich freue mich auch weiterhin, Menschen in der Region Osnabrück für Unterstützung zur Verfügung zu stehen. Und ich freue mich auch weiterhin, Menschen in der Region Osnabrück für Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Und ich freue mich auch weiterhin, Menschen in der Region Osnabrück für Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Und ich freue mich auch weiterhin, Menschen in der Region Osnabrück für Unterstützung zur Verfügung zu stellen.